Moin Leute, heute geht es zur Oma nach Prag Das Oma, das liegt in unmittelbarer Nähe der Autobahnabfahrt Stapelfeld, dort wo wir öfter halten an der Braker Mühle, ein paar Hundert Meter weiter. Ich bin natürlich nicht die Autobahn gefahren, ich bin dann Landstraße gefahren, wunderschöne Strecke bis dorthin. Zwei Stunden von uns circa. Ja und was soll ich sagen, das Oma, das wird Treffpunkt für weitere Motorradfahrten, die wir nächstes Jahr unternehmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und was soll ich sagen? Genehmigt, ein neuer Treffpunkt ist gefunden. Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren.